Ich will mehr erreichen, als nur Standardbauweisen zu kennen. Um Baustoffe, Konstruktionen und Verfahren innovativer zu gestalten, will ich an nachhaltigen Lösungen und kreativen Ideen forschen. Deshalb mache ich meinen Master im Bauingenieurwesen an der Uni Kassel. Die exzellente Betreuung steht hier ganz weit oben. Das Studium kombiniert Theorie und Praxis. Durch modernste Lehrmethoden und Zugang zu hervorragenden technischen Einrichtungen vertiefen wir hier unsere Grundlagen. Ob konstruktiver Ingenieurbau, Baubetriebswirtschaft, Verkehr, Wasser oder Werkstoffe. Ich kann aus etlichen Schwerpunkten meine Vertiefung auswählen. Und diese inhaltliche Bandbreite führt dazu, dass aus dem Fachbereich immer wieder bahnbrechende Innovationen hervorgehen und zum Einsatz kommen. Das Bauingenieurwesen hat ein übergeordnetes Ziel, ökonomische und ökologische Bauwerke zu planen und zu realisieren. Aber auch die Bewertung kommunaler Verkehrssysteme oder die Herausforderung, sauberes Trinkwasser überall verfügbar zu machen, lässt uns nach Lösungen suchen. Deine beruflichen Perspektiven und Möglichkeiten, in der Forschung zu bleiben, sind brillant. Aber auch Baukonzerne, Ingenieurbüros oder Labore suchen nach Köpfen wie dir. Und zwar international. Mit einem Master an Bauingenieurwesen erweiterst du deine Grundlagen und erlangst neue Perspektiven. Du bist in der Lage, über die bisherigen Lösungsansätze hinauszugehen und kannst Neuartiges kreieren.